ein halbes gesicht muss sind das da oben dieses komische symbol das ist dort und dann im gesicht mit ganz langen das ist er soll erwarten bis er sucht vorher brauchen ein paar schmettern die musikspotenzialen vor allem nicht geben nicht abziehen da fliegt was haben wir jetzt noch mal schauen das halbe gesicht das erste er hat er um 10 Sekunden wo sie wusste wo sie anbauen um die Hand mit dem Bürger und die Augen über ein Spöterling ein Spöterling ein Spöterling aber auch So blöd ist viel. Aber! Sack! So. Das... Ich würde sagen, das passt, ne? So. So, wir brauchen ein paar Schmetterlinge. Ah, er kommt weg. Na! Wir brauchen Fehler, 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 Fehler. Ganz wichtig. Fehler! Ich hab' wieder gesagt, ne? Ja. So, mein Fall. um weiter weist aber wie man da hoch kommen darauf bestimmt auch das geheimnis die möglichkeit in einem vollstrahl und dann mit der den vollstrahl mit der auszuschauen mit noch die irgendwie aktivieren können wir die aufwecken ein der zirwenden nun mehr fehler eine blöde Fähigkeiten der Akku mit in der Umgebung mit den Bernd kommen immer ein paar bei einem ja wir haben gefüttert jawohl wenn man screenshot man viel zu wenig gemacht bis jetzt geht die ball hoch da oben ist noch so schlafendes teil die fehler sind immer noch zehn fehler das kann nicht wahr sein da muss noch eine da geht es auch noch höher da steht so schlafender kund m ua zu spielen wir haben seine die münze auch noch nicht was bist du denn warum rede nicht mit mir tut mir leid ich habe mit dir nichts zu tun extra ich will ja auch nie blöde blume die unterfallen nicht runterfallen haben die weg münze das ganze klinisch vermutlich bestimmt da oben aber wie kommen wir da drauf um um wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben nicht drauf wir haben 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 alles dann jetzt jetzt ich arbeuth hat was sowas stehante tun mit aufstehen Prozent Nürnberg und Landmann hatten wir können dann durch st wenn man in den Schmettern hat und alle also am Stück das Schafnach nach nach die Begründung der Begründung abgeführt wird es nicht aus dem Sprung kann Rundling Rundt Nach... Stammt! Schmatterling! Danke! Hey, Schmatterling! So, wir sollen mal gucken, wir können ja auch... ...stehen bleiben beim Rollen. Na, da will ich stehen bleiben! Oh, ein Schmatterling, irgendwo muss keiner sein. Dein Kollegen! Ein Schmatterling für mich! Oh, danke! Oh, Mann! Kann nicht so schwer sein. Ist doch doof! Doof, 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 doof! Ja, ja, geht so! Ah, jetzt war auch einer da. Yeah, hallo! Ja, wir haben noch ein paar Sekunden. Erstmal einen Weg finden, vielleicht. Zack! Ja, guck mal! Oh, das könnte doch nicht wahr sein! Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, ja, ja! Oh, nee, meine... Oh, dann... Oh, die Animation, kann man die nicht überspringen? Ne. Schade! wir haben zwar die feder nicht aber ja den verlassen so ich will mich jetzt aber erstmal ganz kurz an den ausgang gegeben und mal eine ganz günstige aufnahmepause machen 32 30 das heißt in der nächsten aufnahme werden wir direkt die letzte fähigkeit haben wir sagen die vernünftig oder und dann mal sehen vielleicht können wir dann die letzten zwei geister finden und das molekül das fehlt uns auf jeden fall noch unter so wie gesagt ich verabschiede mich für diese aufnahme wir sehen uns in ein paar sekunden oder morgen auf youtube so meine freunde willkommen zur zweiten aufnahme von juka und lele ich habe beim anschauen der ersten aufnahme schon etwas festgestellt dass wir jetzt auch gleich ändern damit die blöde kabel von dem blöden controller nicht so weiß gut bringt und zwar werde ich mal die stimmen etwas leiser machen die übertönen wohl so ziemlich alles und lautstärke sprache ist ja jetzt auch nicht so wichtig für die bauken so dass wir zurückgehen was passt alles an was piepst und sonst wie laut gibt ja das finde ich sehr höflich so mal wieder in unser hauptabenteuer spiel 1 wir haben schon eine stunde 38 gespielt sehr hübsch wir haben schon sieben pcs 92 ich glaube nicht dass das jetzt so viel ist aber wir werden sehen und ich habe natürlich wieder alles vergessen so hier wollte ich nämlich nur ein zwei sachen machen und dann wollte ich mal versuchen rauszufinden wie man das man kann das level irgendwie vergrößern also naja ja entschuldige und da und ich muss unbedingt die münze suchen um und zwar red rox hatte ja eine münze ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo die ist ich bin übrigens noch nicht dazu gekommen es so einzustellen dass ich mich selber hören kann mein headset hat zwar so eine funktion aber ich schaffe es nicht dass das das mikrofon was ich benutze da auch wieder geben wird also ich muss wahrscheinlich einmal das ist eine rolle das heißt diese aufnahme erstmal wieder aber wieder so wo war denn red rox ihr fehlt auch noch eine dna aber die können wir vielleicht noch gar nicht finden ist das möglich wenn es sein dass das gemütliche fragen ja wieder angelegt erstaunlich ihr habt das geschafft wenn ihr ein molekül für mich findet kann ich denn den nato anwerfen und euch bei euren anderen was sagt ihr ok doch wir werden sehen sehen was wir tun können hauptsache ich kriege keine sie brauchen yoga ok hiermit kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht anfangen was denn das was ist denn das habe ich da gehört erst mal noch eine fehler dann müssen wir dann wollen ist auch kein problem ich will die feder nein 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 ah der kann cool ok jetzt können wir die blöden ja danke ich bin doch schon die blöde feder ja ich bin doch jetzt können wir mal gucken was hier im wasser ist wie war das da kommen wir nicht hin geben uns beide immer in die mitte ich will mich denn nach oben achso ähm wollen wir schauen ja 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 bin ich hin da ist ein gitter der schiebt uns aber weg der schiebt uns auch weg aber vor dem da ist ein knopf wenn wir vielleicht so wie ich das gerade gemacht habe und den knopf drauf springen ok 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 vielleicht so irgendwie an den knopf kommen ich befürchte fast hier fehlt uns noch was oh komm geht schon hoch so guck mal hier hatte ich nämlich was vermutet aber hier ist nicht da geht es auch noch hoch wir gehen erstmal zu retrox denn dort fehlt uns noch eine münze die ganz in der nähe liegen soll höp 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 äh retrox ist auf der seite ne sowoll du 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 retainer nein nein wie konnte das geschehen ok gut man sich machen angekommen direkt zurück ohne umwege Ah, war elegant gelöst, oder? So, ich bin schon dabei, mich ein bisschen umzuschauen. Ja, ja, komm, geh mal aus dem Weg, geh mal ins Mörderling. Aber wie geht's hoch? Hier, hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gewollt ist, was ich hier gerade mache. Aber so lange wie, äh, na jo, wie soll ich sagen? So lange wie wir hochkommen? Ja, hallo? Ah, ich hatte hier oben aber die Münze vermutet. Bloß ein paar Federn. Verdammt! Wie war das? Äh... Nee, ne... Hast du ja auch nichts? Verdammt! Was ist denn die Münze? Mist! Ich war mir so sicher, die ist hier oben. Ich war mir so sicher. Was ist denn... Was ist denn mit diesem... komischen Klotz, der da in der Gegend rumsteht? Tütütütü! Kannst du uns verraten, wo du deine Münze hast, Kollege? Freunde, immer noch nicht gespülte Gründen. Rexor hier in der Nähe sicher einige sehen. Aber wo? Sagen wir doch wo. Was ist denn mit diesem blöden Klotz hier? Verdammt! Hier in der Nähe. Geh weg. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn bei ihm in der Nähe? Ah, wir müssen eine Fähigkeit kaufen. Eine Fähigkeit kaufen. Haben wir denn genug? Ja, wir haben genug. Vielleicht brauchen wir sogar die Fähigkeit dazu, ich weiß nicht. Auf der Blume. Aber wir gehen erstmal zu dem, was wir gerade gefunden hatten, würde ich sagen. Geht denn eigentlich, wenn ich das mache? Ah, okay. So, gehen wir mal hier hoch, he? Oh, wo ist das denn? Ich will jetzt nicht sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ich lache wohl irgendwie leicht ablenken. Aber, was ist das? Wieso stehen wir in zwei Kisten? So? So? Hm. Genau. Ich bin auf die Fähigkeit. Genau, ich gehe dann her. Oder, was ist das? Irgendwie hoch. Was ist das? Ich könnte mich doch irgendwie umgucken. wenn ich nicht wenn ich nicht was cool sehr leist den emotionen machen mit dem steuer wird aber wie ach so können wir umgucken n nähe sind die aus der Händel hier ich bin nicht ganz so gewandt mit der Kontrolle steuerung sie ehrlich sagen ein normaler Weg die zu der Energie aus aber hier gibt es noch so weit kann man den mal nehmen ok ich muss sie einfach holen kann nicht anders Dankeschön da jetzt herüber tack eins jetzt muss man bestimmt durchlaufen oh nein Finger ja ah krass meine Güte hoch oh ja und jetzt ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher weil das ist ja doch wir können erstmal unten lang laufen ich bin mir nicht sicher ob ich hier hin soll aber es geht hier immerhin hoch ne ja an diesem cool cool schön überblicken hier so okay wir gehen jetzt mal die Fähigkeit holen wir gehen jetzt mal die Fähigkeit holen wir gehen jetzt mal die Fähigkeit holen dann kommen auf jeden Fall an ein zwei steilen weiter so das war ja der shop war ja da da war der shop ah so nä äh äh d äh hihuuu touos hi wie geht's äh ja 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 so nachschuss schießen so gut so aus Schüsse gar nicht so zu sagen erste Wahl bist du sicher dass du den Trick willst Hallo äh Versteuerung wir wollen dazu lernen Super mit dem nächsten Trigger will ich mal einen Boss aus Welt 3 besiegt das war nicht ohne ja klar du kannst dich ja nicht mal anständig anziehen um so so falsche Steuerung Leute spielen hallo wie wieso zeigt er mir okay so nachschuss zu verwenden benutzer halt dann schießt unsere Lederfreund brutale Welt aus Sonarenergie hört sich cool an sonst noch was äh ihr könnt auf Feinde schießen um sie zu betäuben oder so ein was Sonartotem mhm achso Sonartem ah ok ok aber Vorsicht kommt es jeder Schuss kostet Energie wie habt ihr in Deutschland 18 Monate Versicherungsplan man weiß ja nie vielleicht habt ihr diese nächste Woche schon vergessen äh passt schon danke mein Telefon klingelt warum warum Tastatur was soll das kann ich das einstellen ähm ist jetzt nicht wir haben wir jetzt die Fähigkeit ich habe mal kurz das Spiel leuchtet kann man das Menü gehen mich stört das ein bisschen wie gesagt ich kenne mich mit dem kontroller nicht so aus dass wenn wir werden wir das schon ganz hilfreich wenn der mit das anzeigen wenn wir irgendwann mal jemand verrät warum das spiel beenden in option ist aber das ignorieren wir jetzt einfach mal ich muss schnell wieder an und zack 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 ja sogar lede und spielen weiter machen wir mal schnell was zu trinken ich rede ich schon wieder mit dem mikrofon aus ne das gehört zur stadt trinken A wählen geht doch mhm A